Ich glaube, so langsam können wir es realisieren, heute auch richtig die Sau rauslassen. Ich glaube, das haben wir uns auch richtig verdient. Drei souveräne Spiele hier abgeliefert mit den Fans hier in Neu-Ulm. Das war einfach unglaublich. Die Arena hat so geile Stimmung gemacht. Ich glaube, mit der Performance können wir auch richtig zufrieden sein. Und vor allen Dingen nach 16 Jahren das ersehnte Olympiaticket in den Händen zu halten. Und der deutsche Handballfeld mit zwei Teams nach Paris in diesem Jahr. Ich glaube, da können wir einfach nur super stolz sein. Also erstmal ein Riesendank an diese Halle, die ist mega gewesen, hat uns super unterstützt. Ich habe sofort Gänsehaut bekommen, als es schon bei der Hymne so laut wurde. Also es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht hier. Und deswegen war es ein großer Faktor. Zunächst nehmen wir ein Riesenticket mit. Wahnsinn, dass wir das so souverän gemacht haben. Und ich glaube auch, dass das Thema Umgang mit so einer Situation, das nehmen wir auch mit. Weil das hat die Mannschaft überragend gemacht.